So Leute, Zeckfishing, Tag Nummer 10. Wir starten mit dem Weltskalender, bei dem ich leider nicht nachgeguckt habe, fällt mir gerade auf und ich kann auch jetzt nicht nachschauen, wenn mein Handy oben am Ladegerät liegt, aber ich werde für euch versuchen rauszufinden, was wir hier drin haben. Ein bisschen was leichteres. Oh Gott sei Dank, es sind nur Drillinge. Es sind nur Drillinge. Da brauche ich zum Glück nicht nachgucken, für was es ist. Die kann man hier sicherlich beim Weltsangeln für vieles verwenden, von der Größe her sicherlich noch für den einen oder anderen Hechtangler interessant. In der Variante jetzt für das Weltsangeln ist das hier die XS-Größe. Nur mal zur Erklärung, deswegen steht da drauf, extra small. Also höchstwahrscheinlich die kleinsten, die man hier für das Weltsangeln nimmt, benutzt oder auch bekommt. Ich glaube beim Hechtangeln wäre das hier schon so die Maximalgröße, wenn man sich noch ein Angsttraining oder irgendwas selber bauen würde. Schon ein bisschen wild auf jeden Fall. Zeigt nochmal so ein bisschen die Unterschiede einfach, was auch die Größe und die Gewalt der Fische sicherlich irgendwo anbelangt. Naja, also Glück gehabt heute, Lemmy. Jetzt aber weiter, Türchen Nummer 10 beim Hecht und Barsch. Ach, beim Hecht und Barsch. Türchen Nummer 10 beim Zickfishing Adventskalender für die Variante Raubfisch. In der Variante Raubfisch. Und da haben wir hier ein kleines Sammelsorium. Ich würde mal sagen... Ach, da steht's ja drauf. Wir haben einmal den Edward. Da kommen gleich Gefühle auf. Ach, wisst ihr noch? Weißt du noch, wie es früher war? Früher war alles schlecht. Der Himmel blau, die Menschen mies. Ne, der Himmel blau. Äh, grau, oder? Ach, das ist egal. Ich kenne wahrscheinlich gar keiner. Den Edward einmal, dann haben wir dreimal den Wilson, zweimal den Wilson und zweimal den Wilson. In 5 Inch, 4 Inch, 3 Inch und den Edward in 3, irgendwas Inch. Also hier eine Mischpackung in jedem Fall. Packen wir mal aus. So, Zipperbeutel. Also das hier auf jeden Fall der Wilson mit einem V-Tail hinten dran. Dann nochmal der Wilson in etwas größer. Jetzt haben wir hier noch einen Wilson in größer. More Kiwi, würde ich sagen, heißt die andere Farbe hier. Green Tomato, Wilson. Der ist auch geil hier. Das sieht aus wie diese Barschernamenfarbe. Dann haben wir noch einen Schwarz. Und den Edward. Der Edward. So, der Krebs, mit dem wir schon wirklich viele tolle Tage erlebt haben. Ja, ich halte hier mal die Vorlampe drüber. Ich muss immer wieder über die Partikel auf meiner Hand hier lachen. Naja, also auch ein nettes Türchen. Schön gemixt, schön bunt. Natürlich haben wir auch schon ein Jig-Kopf-Sortiment mit dabei gehabt. Können wir also alles irgendwie fischen und ringen. Auch ein nettes Türchen heute auf jeden Fall. Mit ordentlich was drin. Wenn wir jetzt in einem anderen Kalender wären, wäre es eher so maximal die Richtung gewesen. Aber nein, hier sind wir bei Zick. Und deswegen sieht es so aus. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns später. Mach's gut, bis dann. We Они mich. Wir kommen jetzt. Bis dann! Wir sind nicht Spanisch. Wir sind ja schon. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020